Wieder sind neue Bilou-Produkte von Bibi aufgetaucht. Ein Bilou-Handschaum in Gold und Orange wurde nun auf Instagram verbreitet. Bringt Bibi nach Duschaum, Cremeschaum und Bodyspray nun wirklich eine Bilou-Handcreme raus? Bisher wurde das leider noch nicht offiziell bestätigt, aber das macht Bibi ja eh immer erst genau an dem Tag, an dem die Produkte rauskommen. Die beiden neuen Bilou-Sorten auf den Bildern heißen Dreamy Hands und Sweet Hands und sehen richtig weihnachtlich aus. Sowohl das Design der Dosen wie auch der Inhalt würden gut in die Weihnachtszeit passen. Wir sind gespannt, ob das die neuen Sorten sind und wie sie bei den Fans ankommen, nachdem Bibi mit ihrer neuen Bilou-App einen Shitstorm ausgelöst hat. Den Grund erfährst du im Link in unserer Infobox. Du willst mehr News zu Bibi & Co.? Dann werde zusätzlich Fan von unserem YouTube-Kanal und unserem kostenlosen WhatsApp-Service. Den Link findest du ebenfalls in der Infobox. Den Link findest du auch in der Infobox.